das schweigen zuckt ein gedanke in dir auf so halte ihn zurück sprich ihn nicht sofort aus doch nähre ihn denn er verdichtet durch zurückhaltung im schweigen und gewinnten kraft wie dampf im gegendruck der druck und die verdichtung zeugt die eigenschaft einer magnetischen betätigung nach dem gesetz das alles stärkere das schwache an sich zieht gleichartige gedankenformen werden dadurch allseitig herangezogen festgehalten verstärken immer mehr die kraft des eigenen ursprünglichen gedankens und wirken trotzdem so dass die zuerst erzeugte form durch das hinzugeseln fremder formen abgeschliffen wird sich ändert und bis zur reife wechselnde gestalt bekommt du fühlst das alles wohl in dir doch denkst du stets es sei dein eigenes wollen ganz allein du gibst aber bei keiner sache ganz dein eigenes wollen hast immer fremdes mit dabei was sagt dir dieser vorgang dass nur in den zusammenschluss von vielen einzelheiten etwas vollkommenes geschaffen werden kann geschaffen ist das richtig nein sondern geformt denn wirklich neu zu schaffen gibt es nichts es handelt sich bei allem nur um neues formen da alle einzelheiten in der großen schöpfung schon bestehen nur sollen diese einzelheiten in dem dienst zum wege der vervollkommen getrieben werden was das zusammenschließen bringt zusammenschluss gleite nicht leicht darüber weg sondern versuche dich in diesem begriff zu vertiefen dass reife und vollkommenheit erreicht wird durch zusammenschluss der satz ruht in der ganzen schöpfung als ein kleinod das gehoben werden will er ist innig verbunden dem gesetzt das nur im geben auch empfangen werden können und was bedingt das richtige erfassen dieser sätze also das erleben liebe und deshalb steht die liebe auch als höchste kraft als unbegrenzte macht in den geheimnissen des großen seins wie der zusammenschluss bei einem einzigen gedanken bildet schleift und formt so ist es mit dem menschen selbst und mit der ganzen schöpfung die im nimmerendenden zusammenschließen von bestehenden einzelnen formen durch die kraft des wohlens neugestaltungen erfährt und so der weg wird zur vollkommenheit ein einzelner kann dir vollkommenheit nicht bieten doch die ganze menschheit in dem vielerlei der eigenarten jeder einzelne hat etwas das zum ganzen unbedingt gehört und daher kommt es auch dass ein weit vorgeschrittener der alle irdischen begierden nicht mehr kennt die ganze menschheit liebt nicht einen einzelnen dann nur die ganze menschheit die durch läuterungen freigelegten seiten seiner reifen seele klingen lassen können zu dem akkord himmlischer harmonie er trägt die harmonie in sich da alle seiten schwingen zurück zu dem gedanken der die fremden formen an sich zog und dadurch stark und immer stärker wurde er tritt zuletzt in fest geschlossenen kraftwellen über dich hinaus durchbricht die aura deiner eigenen person und übt auf weitere umgebung einen einfluss aus das nennt die menschheit magnetismus der person uneingeweihte sagen du strahlst etwas aus je nach der eigenart unangenehmes oder angenehmes anziehend oder abstoßend es wird gefühlt doch du strahlst nichts aus der vorgang zur erzeugung des gefühls in diesem anderen hat seinen ursprung darin dass du alles geistig gleichartige magnetisch an dich ziehst und dieses ziehen macht sich für die nächsten fühlbar doch auch hierin liegt die wechselwirkung in der verbindung fühlt der andere dann deutlich deine stärke und die sympathie erwacht dadurch halte dir immer vor augen alles geistige ist nach unseren begriffen ausgedrückt magnetisch und es ist dir auch bekannt dass stets das stärkere das schwache überwindet durch die anziehung durch aufsaugung dadurch wird dem armen schwachen auch noch das wenige genommen das er hat er wird abhängig darin liegt kein unrecht sondern es vollzieht sich nach dem göttlichen gesetzen der mensch braucht sich nur aufzuraffen richtig wollen und er ist davor geschützt nun wirfst du wohl die frage auf was denn wenn alle stark sein wollen wenn niemand mehr etwas zu nehmen ist dann lieber freund wird es ein freiwilliger austausch werden dem das gesetz zugrunde liegt das nur im geben auch empfangen werden kann es wird kein stillstand deshalb sondern alles minderwertige ist ausgelöscht so kommt es dass durch trägheit viele abhängig im geiste werden manchmal zuletzt kaum noch die fähigkeit besitzen eigene gedanken großzuziehen hervorzuheben ist dass nur das gleichartige angezogen wird deshalb das sprichwort gleich und gleich geselt sich gern so werden sich die Trinker immer finden Raucher haben Sympathien Schwätzer, Spieler und so fort doch auch die Edlen finden sich zu hohem Ziele zusammen nun geht es aber weiter was sich geistig anstrebt wirkt sich zuletzt auch physisch aus da alles Geistige ins Grobstoffliche überdringt wodurch wir das Gesetz der Rückwirkung ins Auge fassen müssen weil ein Gedanke stets Verbindung mit dem Ursprung hält und in dieser Verbindung Rückstrahlung bewirkt ich spreche hier nur immer von den wirklichen Gedanken die Lebenskraft der seelischen Empfindung in sich tragen nicht von der Kraftvergeudung dir zu Werkzeug anvertrauter Hirnsubistanz die nur verflüchtende Gedanken formt die sich in wilden Durcheinander nur als schemenhafte Dünste zeigen und zum Glück sehr bald zerflattern solche Gedanken kosten dich nur Zeit und Kraft und du verschleuderst damit ein dir anvertrautes Gut grübelst du zum Beispiel über irgend etwas ernstlich nach so wird dieser Gedanke in dir stark magnetisch durch die Macht des Schweigens zieht alles Ähnliche heran und wird somit befruchtet er reift und tritt über den Rahmen des Gewöhnlichen hinaus dringt sogar dadurch auch in andere Sphären und erhält von dort her zu Fluss höherer Gedanken die Inspiration Daher muss bei Inspiration der Grundgedanke von dir selbst ausgehen im Gegensatz zu Medialität muss eine Brücke zu dem Jenseits bilden der geistigen Welt um dort bewusst aus einem Born zu schöpfen Inspiration hat deshalb mit der Medialität gar nichts zu tun dadurch wird der Gedanke in dir ausgereift du trist an die Verwirklichung heran und bringst durch deine Kraft verdichtet das zur Ausführung was schon in unzähligen Einzelheiten vorher als Gedankenformen in den Weltall schwebte auf diese Art schaffst du mit geistig längst bestehendem durch den Zusammenschluss und die Verdichtung eine neue Form so wechseln in der ganzen Schöpfung immer nur die Formen da alles andere ewig und unzerstörbar ist hüte dich vor verworenen Gedanken vor aller Flachheit in dem Denken Flüchtigkeit rächt sich bitter denn es wird dich schnell zu einem Tummelplatz fremder Einflüsse erniedrigen wodurch du sehr leicht mührisch, launenhaft und ungerecht zu deiner näheren Umgebung wirst hast du einen wirklichen Gedanken und hältst daran fest so muss zuletzt die gesammelte Kraft auch zur Verwirklichung hindrängen denn der Werdegang von allem spielt sich vollkommen geistig ab da jede Kraft nur geistig ist was dir dann sichtbar wird sind immer nur die letzten Auswirkungen eines vorangegangenen geistig-magnetischen Vorgangs der sich nach Verstehen der Ordnung dauernd gleichmäßig vollzieht beobachte und wenn du denkst und fühlst ist dir bald der Beweis erbracht dass alles eigentliche Leben in Wahrheit nur das Geistige sein kann in dem allein der Ursprung und auch die Entwicklung liegt du musst zur Überzeugung kommen dass alles das was du mit körperlichen Augen siehst tatsächlich nur Auswirkungen des ewigen treibenden Geistes sind jede Handlung selbst die geringste Bewegung eines Menschen ist ja vorher stets geistig gewollt die Körper spielen dabei nur geistig belebte Werkzeuge die selbst erst zur Verdichtung kommen durch die Kraft des Geistes so auch Bäume, Steine und die ganze Erde alles wird von dem schaffenden Geiste belebt durchströmt, getrieben da die ganze Materie aber also das irdische Sichtbare nur aus Wirkung des geistigen Lebens ist so fällt es dir nicht schwer zu fassen dass je nach der Art des uns zunächst umgebenden Geistes Lebens auch die irdischen Verhältnisse sich bilden was daraus logisch folgert ist klar der Menschheit selbst ist durch die weise Einrichtung der Schöpfung Kraft gegeben sich die Verhältnisse selbst schöpferisch zu formen mit der Kraft des Schöpfers selbst wohl ihm wenn er sie nur zuguten nützt doch wehe lässt er sich verleiten sie in schlechtem anzuwenden der Geist ist bei den Menschen nur umgeben und verdunkelt durch das irdische Begehren das wie Schlackern ihm haftet ihn beschwert und niederzieht seine Gedanken sind nun Willensakte in denen Kraft des Geistes ruht der Mensch hat die Entscheidung gut zu denken oder böse und kann somit göttliche Kraft zum Guten wie zum Bösen lenken darin liegt die Verantwortung die der Menschen trägt den Lohn oder die Strafe dafür bleibt nicht aus da alle Folgen der Gedanken zurück zum Ausgangspunkte kommen durch die eingesetzte Wechselwirkung welche nie versagt und die darin ganz unverrückbar also unerbittlich ist damit auch unbestechlich streng gerecht sagt man nun nicht dasselbe auch von Gott wenn viele Glaubensgegner von einer Gottheit heute nichts mehr wissen wollen so kann dies alles an den Tatsachen nichts ändern die ich anführte die Leute brauchen nur das Wörtchen Gott weglassen sich in die Wissenschaft ernst vertiefen so finden sie genau dasselbe nur mit anderen Worten ausgedrückt ist es nicht lächerlich dann noch darum zu streiten um die Naturgesetze kommt kein Mensch herum niemand vermag dagegen anzuschwimmen Gott ist die Kraft die die Naturgesetze treibt die Kraft die doch niemand erfasste niemand sah doch deren Wirkungen jeder man täglich stündlich ja in den Bruchteilen aller Sekunden sehen muss empfindet und beobachtet wenn er nur sehen will in sich in jedem Tiere jedem Baume jeder Blume jeder Faser eines Blattes wenn es schwellend aus der Höhle bricht um an das Licht zu kommen ist es nicht Blindheit sich dem Hartnäckig zu widersetzen während jedermann auch diese starren Leugner selbst das Dasein dieser Kraft bestätigt unerkennt was ist es das sie hindert diese unerkannte Kraft nun Gott zu nennen ist es kindlicher Trotz oder eine gewisse Schirm zu geben zu müssen dass sie all die Zeit hindurch hartnäckig etwas zu verleugnen suchten dessen vorhanden sein ihnen von jeher klar gewesen ist wohl nichts von alledem die Ursache wird darin liegen dass der Menschheit Zehrbilder der großen Gottheit von so vielen Seiten vorgehalten werden denen sie bei ernstem Forschen nicht vermogte beizustimmen die allumfassende und alles durchdringende Kraft der Gottheit muss ja verkleinert und entwürdig werden bei dem Versuch sie in ein Bild zu pressen bei tiefem Nachdenken lässt sich kein Bild damit in Einklang bringen gerade weil ein jeder Mensch den Gottgedanken in sich trägt sträubt er sich ahnungsvoll gegen die Einengung der großen unfassbaren Kraft die ihn erzeugte die ihn leitet das Dogma trägt die Schuld an einen großen Teile derer die in ihrer Widerstreite jedes Ziel zu überschreiten suchen sehr oft gegen die in ihrem inneren Leben die Gewissheit die Stunde aber ist nicht fern wo geistiges Erwachen kommt wo man die Worte des Erlösers richtig deutet sein großes Erlösungswerk richtig erfasst denn Christus brachte uns Erlösung aus dem Dunkel indem er uns den Weg zur Wahrheit wies als Mensch den Weg zur lichten Höhe zeigte und mit dem Blute an dem Kreuze drückte er das Siegel seiner Überzeugung auf die Wahrheit war noch niemals anders als sie damals auch schon war und heute ist und in zehntausenden von Jahren noch sein wird denn sie ist ewig drum lernt die Gesetze kennen die in dem großen Buche der ganzen Schöpfung liegen sich denen fügen heißt Gott lieben denn du bringst dadurch keinen Missklang in die Harmonie sondern trägst dazu bei den brausenden Akkord zu voller Höhe zu gestalten ob du nun sagst ich unterwerfe mich freiwillig den bestehenden Naturgesetzen weil es zu meinem Wohle ist oder ob du sprichst ich füge mich dem Willen Gottes der sich in den Naturgesetzen offenbart oder der unfassbaren Kraft die die Naturgesetze treibt ist es ein Unterschied in seiner Wirkung die Kraft ist da und du erkennst sie an musst sie ja anerkennen weil dir gar nichts anderes zu tun verbleibt sobald du etwas überlegst und damit anerkennst du deinen Gott den Schöpfer und diese Kraft wirkt in dir auch beim Denken missbrauche sie deshalb nicht zu dem Schlechten sondern denke Gutes vergiss nie wenn du Gedanken zeugst verwendest du göttliche Kraft mit der du reinstes höchstes zu erreichen fähig bist versuche dabei niemals außer Acht zu lassen dass alle Folgen deines Denkens stets auf dich zurückfallen je nach der Kraft der Größe und der Ausdehnung der Wirkung der Gedanken im Guten wie im Bösen da der Gedanke aber geistig ist kommen die Folgen geistig wieder sie treffen dich deshalb gleich viel ob hier auf Erden oder dann nach deinem Abscheiden im Geistigen sie sind weil geistig ja auch nicht an die Materie gebunden das ergibt dass der Zerfall des Körpers eine Auslösung nicht aufhebt die Vergeltung in der Rückwirkung kommt sicher früher oder später hier oder dort bestimmt die geistige Verbindung bleibt mit allen deinen Werken fest denn auch die irdischen materiellen Werke haben ja geistigen Ursprung durch den zeugenden Gedanken und bleiben wenn auch alles irdische vergangen ist bestehen daher heißt es richtig deine Werke erwarten dich soweit dich die Auslösung in der Rückwirkung noch nicht getroffen hat bist du bei einer Rückwirkung noch hier auf Erden oder wieder hier so wirkt sich dann die Kraft der Folgen aus dem Geistigen je nach der Art im Guten wie im Bösen durch die Verhältnisse deine Umgebung oder an dir selbst direkt an deinem Körper aus hier sei noch einmal ganz besonders darauf hingewiesen das wahre eigentliche Leben spielt sich geistig ab und das kennt weder Zeit noch Raum deshalb auch keine Trennung es steht über irdische Begriffen aus diesem Grunde treffen dich die Folgen wo du auch bist zu der Zeit wo nach ewigem gesetzt die Auswirkung zurückkehrt zu dem Ausgangspunkte nichts geht dabei verloren es kommt sicher das löst nun auch die schon so oft gestellte Frage wie es kommt daß sichtbar gute Menschen manchmal schwer zu leiden haben in dem Erdenleben so daß es wie ein Unrecht angesehen wird das sind Auslösungen die ihn treffen müssen du kennst die Lösung dieser Frage jetzt denn dein jeweiliger Körper spielt dabei keine Rolle dein Körper bist ja nicht du selbst er ist nicht dein ganzes Ich sondern ein Werkzeug das du dir erwähltest oder das du nehmen musstest je nach den schwebenden Gesetzen des geistigen Lebens die du auch kosmische Gesetze nennen kannst wenn sie dir so verständlicher erscheinen das jeweilige Erdenleben ist nur eine kurze Spanne deines eigentlichen Seins ein niederschmetternder Gedanke wenn es dabei keinen Trinnen gäbe keine Macht die Schützen dem entgegenwirkt wie mancher müsste dafür sagen wenn er zu Geistigem erwacht und wünschen bis er noch zu schlafen in dem Alten droht er weiß ja nicht was alles auf ihn wartet was ihn noch trifft in seiner Rückwirkung von früher her oder wie die Menschen sagen was er gut zu machen hat doch unbesorgt mit dem Erwachen ist dir in der weisen Einrichtung der großen Schöpfung auch ein Weg gezeigt durch eine Kraft des guten Wohlens auf die ich schon besonders hingewiesen habe die die Gefahren des sich auslösenden Karmas lindert oder ganz zur Seite schiebt auch das legte des Vaters Geist in deine Hand die Kraft des guten Wohlens breitet um dich einen Kreis der an dringendes Übel zu zersitzen fähig ist oder doch abschwächt in sehr hohem Grade genauso wie die Luftschicht auch den Erdball schützt die Kraft des guten Wohlens aber dieser starke Schutz wird groß gezogen und gefördert durch die Macht des Schweigens drum rufe ich euch suchende noch einmal dringend zu haltet den Herd eurer Gedenken rein und übt danach in erster Linie die große Macht des Schweigens wenn ihr aufwärts kommen wollt der Vater hat die Kraft zu allem schon in euch gelegt ihr braucht sie nur zu nützen dann 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 dann